Willkommen bei Musiker und Tinnitus. Du bist Musiker, hast einen Tinnitus oder willst dich allgemein über die Themenbereiche Tinnitus, wie man als Musiker so lebt und was sonst noch dazu gehört informieren, dann bist du hier richtig. Ich bin Werner und seit 1987 in Hamburg als professioneller Bassist, Keyboarder und Toningenieur tätig. Ende 2016 bekam ich eine Dysakusis, gefolgt von einem Tinnitus, der so laut wurde, dass ich vor mehreren Jahren meinen Beruf an den Nagel hängen musste. Nach knapp sechs Jahren ist mein Tinnitus so leise, dass ich ihn kaum mehr wahrnehme und meine Ohren sind so stabil, dass ich wieder musizieren kann.